Herzlich willkommen zum Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Iris Proff, ich bin Redakteurin für Klima und Umwelt. Unser Thema heute lautet zwischen Elfenbeinturm und Aktivismus, Unsicherheiten in der Klimaforschung kommunizieren. Und ich freue mich auf eine hoffentlich sehr angeregte Diskussion mit unseren drei und hoffentlich gleich vier ExpertInnen zu dem Thema und mit Ihnen. In zwei Wochen startet die COP28, wie ihr sicher alle wisst. Und die Klimakonferenz bietet natürlich primär einen großen Anlass zur Berichterstattung über Klimapolitik, aber auch über Klimaforschung. Auch das Thema Klimaforschung wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Vor allem, weil verschiedene Institutionen und Journals diverse Berichte und Studien in diese Zeit terminieren. Deshalb nutzen wir auch am SMC die Gelegenheit zu diskutieren, wie wir als JournalistInnen über die Folgen des Klimawandels kommunizieren sollten, besonders wenn diese unsicher sind. Und was wir dabei bei den RezipientInnen unserer Berichterstattung bewirken. Und außerdem, welche Rolle die Klimaforschenden in der öffentlichen Debatte haben oder haben sollten. Ich hoffe, dass diese Diskussion euch Denkanstöße gibt für eure Berichterstattung über den Klimawandel in den nächsten Wochen und in der nächsten Zeit. Ein praktischer Hinweis an die JournalistInnen. Eure Fragen stellt ihr bitte in den Frage- und Antwortbereich, nicht in den Chat. Wir werden dann Fragen daraus auswählen und die in die Diskussion mit einbringen. Ein Transkript dieser Diskussion findet ihr morgen auf unserer Webseite und die Videoaufzeichnung gibt es noch heute im Laufe des Tages, in einigen Stunden auf der Webseite. Dann danke schon mal an die drei ExpertInnen, die jetzt schon da sind und an Herrn Marotzke, der hoffentlich sich bald dazuschalten wird. Ich stelle die drei Anwesenden einmal vor. Johanna Bär ist Professorin an der Uni Hamburg und forscht zu Klimamodellierung und Ozeanografie. Carsten Hausstein ist Attributionsforscher an der Uni Leipzig und er hat bis 2020 auch in Oxford mit Friederike Otto zusammengearbeitet, die viele von euch sicher kennen. Ein bekanntes Gesicht aus der Attributionsforschung. Und Astrid Kause ist Umweltpsychologin an der Leuphana-Universität in Lüneburg und sie forscht unter anderem zu Klimakommunikation und besonders diesem Aspekt der Unsicherheit und wie man die am besten kommuniziert. Und Frau Kause wird uns deshalb so einen externen Blick auf diese Debatte, über die wir hier sprechen, liefern können. Das hoffe ich. Danke an Sie drei schon mal, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Okay, dann starten wir direkt in die Diskussion. Ich wollte meine erste Frage eigentlich an Herrn Marotzke adressieren, aber das schieben wir dann gleich einfach nach. Herr Horsstein, dann geht die erste Frage an Sie. Sie beschäftigen sich mit der Attributionsforschung. Und gerade in diesem Jahr hatten wir sehr oft die Gelegenheit, über Extremwetterereignisse zu berichten. Es gab extrem viele Hitzewellen, Dürren- und Starkregenereignisse. Und die Medien fragen dann immer sehr schnell nach dem Zusammenhang solcher Ereignisse mit dem Klimawandel. Die Attributionsforschung liefert genau solche Zusammenhänge. Und ich möchte gerne direkt auf ein Beispiel zu sprechen kommen, was viele von euch vielleicht auch im Kopf haben. Im September gab es ein Starkregenereignis in Libyen mit einer starken Flut, die viele Schäden und Menschenleben gekostet hat. Und dazu ist auch eine Attributionsstudie erschienen, an der Herr Horsstein nicht beteiligt waren. Laut dieser Studie ist das Starkregenereignis durch den Klimawandel 50 Mal wahrscheinlicher geworden und 40 Prozent intensiver. Aber, und ich zitiere, die Unsicherheit dieser Schätzung ist groß und schließe die Möglichkeit ein, dass es keine erkennbare Veränderung gibt. Und stellt sich die Frage, wie kommuniziert man solche Aussagen? Warum kommuniziert die Attributionsforschung Aussagen, die einer so großen Unsicherheit unterliegen? Genau, ja, erstmal vielen Dank und herzlich willkommen auch an den Rest. Ich bin also Teil vom World Weather Attribution Team und genau das Team, was von Freddy Otto geleitet wird, hat diese Studie im September rausgebracht. Die meisten erinnern sich, das war diese katastrophale Flut in Libyen. Und es gab, und das ist das, was tatsächlich immer die Medien auf den Plan ruft und die Schlagzeilen hervorruft, wahnsinnig viele Todesopfer. Und bei Flutereignissen sieht man die halt, bei Hitzeereignissen nicht so viel. Und das ist genau, warum sich World Weather Attribution am Ende natürlich auch zusammengefunden hat. diese Frage zu klären, während dieser Aufmerksamkeit da ist. Und diese Frage, die dann auch immer wieder gestellt wird, was für einen Beitrag liefert der Klimawandel, zu beantworten. Und das ist in dem Falle besonders wichtig gewesen, weil es eine Region war, die natürlich selten in Schlagzeilen ist. Und weil sich die Frage stellt, was ist tatsächlich strukturelle Problematik, infrastrukturelle Problematik vor Ort und was ist eben zuordnenbarer Klimawandel. Und nicht überraschend ist, in so einer Region und bei so einer Wetterlage, dann müssen wir uns vorstellen, das war ein Tief, was natürlich konvektiv geprägt ist, viel Problematisches, die Klimawandel, Forschung betreffend beinhaltend. Und was ich damit meine, ist, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die wir per se schlecht quantifizieren, schlecht attributieren können. Und dazu gehören Hurricanes, dazu gehören diese Starkregen, wo in kurzer Zeit Flashflut etc. passieren. Und das war genau so ein Ereignis, wo wir uns vielleicht früher gar nicht herangetraut hätten. Aber die Frage ist, ist es nötig, nur weil die Unseherheiten zu groß sind, sich solche Fragen gar nicht zu stellen. Und da wir bei Hitze im Prinzip immer das gleiche Ergebnis finden und nur die Frage ist, ob mittlerweile alles durch Menschen gemacht, Klimawandel verursacht worden ist oder das Risiko so zugenommen hat, dass man eigentlich fast sagen kann, Menschen gemacht ist sicher, gibt es bei diesen Ereignissen eben Unsicherheiten, die deutlich über das, was wir normalerweise kommunizieren, rausgehen. Und wie gehen wir damit um? Indem wir wie in dem Fall einfach die komplette Bandbreite kommunizieren. Und die, ja, die unfortunately beinhaltet die halt auch einen Teil, der uns sagt, vielleicht gab es keine Änderung. Aber die beinhaltet auch einen Teil, der uns sagt, es könnte bis zu 50 Mal wahrscheinlicher geworden sein. Und 50 Mal, das ist eine Zahl, die ist halt wirklich schon absurd hoch. Und genau das den Leuten nicht mitzugeben, ist, glaube ich, der größere Fehler, als umgedreht zu sagen, wir können nicht sagen, was passiert ist, weil die Unsicherheit so groß ist. Und genau das haben wir auch im Laufe der Zeit gelernt. Wir haben natürlich viel Kritik dafür bekommen. Es muss dazu gesagt werden, als letzten Punkt, wir beziehen uns immer auf eine Methodik, die natürlich durch die Community, durch die sogenannte Peer Review gegangen ist, durch die Community geprüft worden ist. Und das macht es uns dann möglich, so schnell zu sein, obwohl wir im Prinzip diese eigentlichen Analysen dann nicht durch die Peer Review geschickt haben. Aber die Analysen, die wir später nochmal hergenommen haben, durch die Peer Review geschickt haben, haben wir immer durchbekommen. Und mit dieser Methodik müssen wir uns an solche Events herantrauen, denn anders entwickeln wir uns auch nicht weiter. Und die Unsicherheiten sind uns bewusst und wir kommentieren sie auch ganz klar. Dankeschön. Herr Marotzke, schön, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Tut mir leid, dass es da technische Schwierigkeiten gab. Die Vorstellung schiebe ich jetzt noch hinterher. Jochen Marotzke ist Co-Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und ich stelle auch direkt eine Frage an Sie, basierend auf dem, was Carsten Haustein gerade gesagt hat. Vom Max-Planck-Institut in Hamburg hört man oft, dass der Zusammenhang zwischen Extremwetterereignissen und dem Klimawandel gar nicht so einfach herzustellen ist und dass es da eben diese großen Unsicherheiten gibt. Aus Ihrer Perspektive, woher rühren diese Unsicherheiten? Einiges davon hat Herr Haustein ja schon benannt. Und das ist auch, dass wenn es um Hitzeereignisse geht, da sind die Ungewissheiten oft gar nicht mehr da. Das sind wir schon sehr sicher. Die Ungewissheiten bei Niederschlagsereignissen liegen zum erheblichen Teil darin, dass die Modelle, die wir nehmen, um das Klima und auch Klimawandel darzustellen, dass sie oft nicht die notwendige Qualität haben, vor allem, weil sie die räumliche Auflösung nicht haben, um stark Niederschlagsereignisse darzustellen. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn ein Ereignis von so einer Heftigkeit nicht dargestellt werden kann in einem Modell, dann wird es schwierig, sozusagen da zuverlässige Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Da kommt das her. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, die Fähigkeit der Modelle sind ja auch in dieser Studie sehr deutlich benannt worden. Die Grenzen der Fähigkeiten der Modelle sind benannt worden. Und das heißt, dass natürlich die Frage stellt sich, ob die Wahrscheinlichkeiten, die man mithilfe dieser Modelle dann berechnet, wie zuverlässig die dann sind. Und das ist eine große Ungewissheit, die dort einfach herrscht. Und würden Sie sagen, dass deswegen man vorsichtig sein sollte, solche Aussagen in die Öffentlichkeit zu kommunizieren? Ja, man muss vorsichtig sein. Aber ich finde, an dem, was Herr Hausständer genannt hat, da ist natürlich auch viel dran, wenn was wäre die Alternative? Alternative. Die Alternative wäre möglicherweise gar nichts zu sagen. Und dann wird man dem Informationsbedürfnis der Gesellschaft dann auch nicht gerecht, wenn man nichts tut, wenn man nichts sagt. Also es gibt ja, wenn man sich über Ungewissheit redet, diese beiden Arten von Fehler. Ich kenne leider die deutsche Übersetzung davon nicht, aber auf Englisch ist es Error of Commission und Error of Omission. Error of Commission ist, man sagt was und es ist leider falsch. Es gibt auch das umgekehrte Error of Omission. Man sagt nichts, aber man hätte was sagen sollen. Und es ist in so einem Fall, ist es dann wirklich sehr schwer, den richtigen Weg zu finden. Denn man sagt das, was man sagen kann. In diesem Fall wohl wissend, dass A, die Unsicherheit groß ist und B, vielleicht auch die abgeschätzten Wahrscheinlichkeiten falsch sein könnten. Andererseits ist man still, dann sagt keiner was. Und es fällt mir da sehr schwer, konkret etwas zu empfehlen. Wie handhaben Sie es denn selbst, wenn Sie gefragt werden nach dem Zusammenhang? Ich versuche dann auch, die Ungewissheiten, die da sind, zu benennen. Also zu sagen, so weit kommen wir mit unseren Methoden. Da liegen die Grenzen. Und mir ist dann völlig klar, dass die Antwort dann auch ziemlich komplex wird. Und ich beginne dann auch oft, wenn ich solche Fragen bekomme, dass ich sage, jetzt müssen Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn Sie wirklich die Antwort wissen wollen. In zwei Sätzen kann ich die Antwort nicht geben. Dankeschön. Damit Frau Bär. Sie betreiben auch Attributionsforschung, allerdings in einer etwas anderen Form. Es geht aber nicht um akute Extremwetterereignisse, sondern um Entwicklungen, die über mehrere Jahre hinweg andauern. Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen? Und wie ist es da mit der Unsicherheit? Ist die da geringer? Ja, genau. Also wir betreiben Attributionsforschung, zum Beispiel im Nordpazifik, also tatsächlich jetzt auch im Ozean. Da kann ich auch gleich ein Beispiel nennen. Das, was wir aber berücksichtigen, ist, dass wenn wir Attributionsforschung machen, wir fangen bei einem Phänomen an, wo wir die Attribution durchführen wollen. Und wir müssen dann in unserer Art das zu betrachten eine Aussage darüber machen, wie gut wissen wir, wie solche Phänomene in der Vergangenheit aufgetreten sind. Und wir verwenden natürlich eine bestimmte Methode. Und an all diesen Punkten tauchen Unsicherheiten auf. Das haben ja sowohl Carsten als auch Joachim gerade erklärt. Und natürlich ist es, je kürzer und je seltener so ein Phänomen auftaucht, desto schwieriger ist es schon allein, das auch aus Messungen heraus zu kristallisieren, wie oft sowas bisher aufgetreten ist. Aber auch in der Modellierung, und das hat ja Joachim Morotzka auch gerade schon gesagt, wir haben einfach Dinge, je kleinräumiger die sind, desto schwieriger ist es auch, das zu quantifizieren. Und je komplexer das ist, desto schwieriger wird es auch wirklich, Dinge zu quantifizieren. Und ja, da ist ein Niederschlag dann zum Beispiel eben komplizierter zu quantifizieren als Temperatur. Oder andersrum ausgedrückt, komplizierter zu quantifizieren, kommt natürlich dann auch mit größeren Unsicherheiten. Und was wir eben im Pazifik festgestellt haben, im Nordostpazifik, dass da tatsächlich im Zeitraum von 20, 2019 bis 2021 fast die Saisonalität, also der Jahresgang fast abhandengekommen war. Und wir uns dann schon gefragt haben, dass in dem Bereich hatten andere Leute schon mal was tatsächlich in Messungen gefunden. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass die Häufigkeit von Hitzewellen war, dass in den letzten 20 Jahren waren das 31 Hitzewellen. Und Hitzewelle ist schon alles, was nur länger als fünf Tage ist. Und in den 20 Jahren davor waren es nur neun Hitzewellen. Und wir haben dann tatsächlich in der Modell, also mit einem Satz Modell-Experimente, die wir sehr umfangreich mit Beobachtungen verglichen haben, dann, so wie Carsten Rausch das vorhin gesagt hat, nicht überraschenderweise vielleicht, aber dann eben doch mit vergleichsweise geringen Unsicherheiten zeigen können, dass diese Art Hitzewelle im Nordostpazifik mit relativ großer Sicherheit tatsächlich nur mit Vorhandensein von Anthropogenen Einfluss auftreten kann. Und würden Sie jetzt sagen, wenn man mit der Klimakommunikation erreichen will, die Dringlichkeit des Klimawandels an die Menschen zu kommunizieren? Und ich würde mal unterstellen, das ist von vielen von uns das Anliegen, wenn wir darüber kommunizieren. Würden Sie sagen, es eignet sich dann eigentlich mehr, über solche großskaligen Ereignisse zu sprechen, weil die Unsicherheiten geringer sind und vielleicht die Aussage auch stärker, als über einzelne Extremwetterereignisse so stark zu berichten? Ich glaube, die Frage ist ja an so einer Stelle immer, dass natürlich klar reagieren Medien auch natürlich auf ein Interesse oder ein angenommenes Interesse. Wenn ich bei der Wissenschaft erst mal anfange, dann würde ich schon sagen, wir versuchen natürlich über unsere aktuelle Forschung zu berichten. Und da haben wir schon eine Wahl bezüglich, wann wir welche Art Informationen rausgeben. Und dieses zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, da hatten wir jetzt eine Chance, das gründlich zu untersuchen, ist was anderes als eine Einschätzung zu geben nach einem bestimmten Ereignis. Und ich glaube, da finde ich es wichtig, dass man jeweils den Kontext dazu sagt. Und das sind natürlich, der Kontext sind dann die Unsicherheiten. Und deswegen auch da, klar, natürlich hätte man gern Antworten. Ich glaube, was ich gefährlich finde, ist, wenn man nur immer, also Dringlichkeit wird nicht deshalb dringender, wenn es immer nur noch dringender ist als beim letzten Mal. Also ich glaube, da kreieren wir uns eine Spirale, aus der wir nicht wieder rauskommen. Und deshalb ist, natürlich gibt es aktuelle Dinge, über die man berichten muss und will, aber immer nur dringender wird nicht die Lösung sein. Dankeschön. Nach einmal der Hinweis an die Journalistinnen sind bisher sehr wenige Fragen eingegangen. Nutzt gerne die Gelegenheit und stellt eure Fragen an die Experten, die hier sind, und stellt die gerne in den F&A-Bereich. Dann moderieren wir die rein. Frau Kause, nehmen wir einmal die Aussage. Der Klimawandel hat die Flut X viel wahrscheinlicher und intensiver gemacht, aber dieser Zusammenhang ist mit sehr großer Unsicherheit behaftet. Nun aus Sicht der Umweltpsychologie, was machen solche Aussagen mit den RezipientInnen? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, wie wir das hier zusammenbringen. Also es kommt auf die RezipientInnen an. Erstmal ist die sozusagen die Evidenz, die zumindest ich kenne, zu der Kommunikation von Unsicherheit zeigt, dass grundsätzlich es gut ist, Unsicherheit mitzukommunizieren. Denn wer sie nicht mitkommuniziert, wird Gefahr laufen, dass irgendwer es doch rausfindet. Und das interminiert tatsächlich sehr die Glaubwürdigkeit. Also Unsicherheit mitzukommunizieren. Es gibt da, also ich kenne tatsächlich nur eine Studie, die das so ein bisschen breiter in den Kontext einbettet, wo Menschen entweder unsichere Aussagen so bekommen oder sie in den breiteren Forschungskontext, in die Debatte eingebettet bekommen. Und Letzteres wirkt sich tatsächlich positiv aus. Also das, was Frau Bär gerade gesagt hat, das mitzuerwähnen, in welchem Kontext da geforscht wird, das ist zumindest der empirischen Evidenz nach zu empfehlen. Und gleichzeitig auch zu sagen, dass vielleicht der Rat oder die Empfehlungen, die aus der Wissenschaft kommen werden, aufgrund dieser Unsicherheit sich ändern werden. Und mitzuvermitteln, wir sind da weiter dran, wir geben uns Mühe. Genau, und zu sagen, okay, wir sind da. Aber es kann sein, dass die Empfehlungen in ein paar Wochen, in ein paar Jahren ganz anders sind. Genau, also dann ist noch ein Hindernis, was vielleicht manchmal oder oft in der Wissenschaftskommunikation hinten runterfällt. Das ist eine Art von Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass Menschen gar nicht verstehen, was da gesagt wird. Also etwas wird 50 Prozent wahrscheinlicher. Zum Beispiel ist für Menschen, die sich nicht im Fachgebiet auskennen, sehr schwierig zu verstehen. Also da entsteht eine Unsicherheit durch Nichtwissen oder Nichtverstehen, weil sie nicht wissen, wie sie mit einer relativen Veränderung umgehen können. Das heißt, es ist wirklich wert, und ich glaube, das ist es im Fall der Attributionsforschung ganz besonders, weil sie eben so prominent in den Medien ist, ist zu schauen, was werden da für Aussagen gemacht und wer versteht die eigentlich wie und wie dramatisch werden die eigentlich, als wie dramatisch werden die eigentlich wahrgenommen. 50 Prozent wahrscheinlicher könnte jetzt erst mal sehr dramatisch klingen, aber was das in absoluten Häufigkeiten oder absoluten Zahlen, das ist der Jargon aus der Kommunikationsforschung, heißt, kann ich immer noch nicht sagen, was war die Häufigkeit vorher, was war die Häufigkeit nachher. Das informatet den Leuten ein sehr viel einfacher Feld zu verstehen. Also genau, ich plädiere also dafür, erst mal sehr offen mit Unsicherheit umzugehen, obwohl, genau, sehr offen mit Unsicherheit umzugehen und dann aber auch zu testen, wie diese Art von Aussagen verstanden wird, weil, genau, vielleicht haben Menschen gar nicht genug Hintergrundwissen, um diese Häufigkeiten oder diese Veränderungen zu interpretieren. Dankeschön. Dazu passend eine Frage von einem Journalisten hier an Herr Haustein adressiert. Beim Ahrtal ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem ähnlichen Starkregenereignis kommt, um 1,2 bis 9 Mal erhöht, laut dem World Weather Attribution Center. Das ist für ein Fernsehpublikum ziemlich schwer vermittelbar. Gibt es die Möglichkeit, Wahrscheinlichkeiten anzugeben, dass es zum Beispiel 9 Mal so häufig ist, beziehungsweise noch 1,2 Mal so häufig ist? Ja, das ist in dem Fall, das hatte ich kurz schon erwähnt, weil es sich leicht beantworten lassen hat. Das ist das Gleiche. Also die Häufigkeit, die wir dort kommuniziert haben, ist im Prinzip genau diese Zahl. Bis zu neun Mal häufig. Aber das ist das, was Astrid gerade gesagt hat. Was bedeutet das? Und das haben wir ja auch mitgetestet, Astrid Krause, ich bin mir sicher, ihr auch oder sie auch, dass wir wissen und verstehen wollen, welche Mittel der Kommunikation gerade von diesen statistischen Termini am besten funktionieren. Und ich glaube, die meisten können damit gar nichts anfangen. Und was ist so eine Baseline, was ist so ein Referenzlevel, was man sozusagen als normalen Wert hernimmt? Da fängt es schon an mit dem Verständnis. Und wenn wir Häufigkeiten als eine Verdopplung, eine Verdreifachung kommunizieren, ist das für uns so ein bisschen wie Second Nature. Also wir sind da völlig mit quasi aufgewachsen fast. Aber in allgemeinen Kommunikation heißt es, Wege zu finden, wie man das ein bisschen plausibler macht. Und ich glaube, wenn wir so ein Beispiel wie das Ahrtal hernehmen, dann hat mir immer am besten geholfen, zu verstehen oder zu erklären, dass ich dann sage, sowas könnte bedeuten, dass wir jetzt einen Meter mehr haben im Vergleich zu dem, was wir früher erwartet hätten. Das klingt nicht viel, also den Meter sozusagen von Flusslevel. Aber das ist halt das, was die Schäden wahrscheinlich macht. Und wenn wir solche simpel zu verstehenden Metriken quasi hernehmen, also die statistischen Ergebnisse übersetzen, ich glaube, dann haben wir die größten Chancen. Was die absolut effektivsten Maßnahmen sind, die zu testen, genau, das macht Astrid, das machen Kollegen bei uns tatsächlich im Team. Und ich glaube, da gibt es auch diverse Publikationen zu. Dankeschön. Herr Marotzke, eine Frage an Sie. Ein Journalist fragt, wenn, so Herr Marotzke sagt, die Dinge öfters so kompliziert sind, dass man sie nicht in zwei Minuten beantworten kann, wie gehen Sie da mit Anfragen von Medien um, die eben nicht mehr als zwei Minuten Sendezeit aufbringen können? Fallen dann wichtige Aussagen unter den Tisch? Also ich habe von zwei Sätzen gesprochen. Zwei Minuten, in zwei Minuten kann man doch schon einiges sagen. Ich habe es auch schon gehabt. Ich kann mich an einmal erinnern, war ein Fernsehteam bei mir und ich stellte fest, also jeder Satz, der länger als sechs Wörter enthalten hat, das wollten die schon gar nicht mehr hören. Das war Zeitverschwendung gewesen. Aber ich sehe doch bei vielen Medienschaften, mit denen ich zu tun habe, ich sehe typischerweise die Bereitschaft, dann auch einen Moment länger zuzuhören. Also insofern ist das vielleicht so ein bisschen selbstselektiv. Also die, die eine Schlagzeile wollen, die kommen üblicherweise nicht zu mir. Und insofern kriege ich dann meistens auch die Zeit gegeben zu antworten. Zwei Minuten sollte für das meiste ausreichen. Das geht. Aber wenn es nur zehn Sekunden sein dürfen, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Hier gab es noch eine Frage von einem Journalisten, der fragte, müsste man die Bevölkerung erstmal über Stochastik, Modellierung, statistische Inferenzen und so weiter informieren, bevor man überhaupt über Klimamodelle kommunizieren kann. Schaffen Sie das in den zwei Minuten? Das wäre das, könnte man sagen, wäre ja super, wenn alle das verstehen würden. Aber wir leben in der Welt, die da ist. Und ich kann mir meine Öffentlichkeit ja auch nicht schnitzen, sondern ich glaube, da ist die Anforderung schon an uns, dass wir sagen, dieses Zielpublikum finden wir vor. Ich erwarte ein gewisses Interesse, wenn die Frage kommt. Und dann muss ich mich schon anstrengen, dass es einigermaßen passt. Und Frau Krause hat ja auch gesagt, dieser Punkt, ich würde mal sagen, zumindest rudimentär, die Ungewissheiten mit zu kommunizieren, ist ganz extrem wichtig, damit man mir nächstes Jahr auch noch glaubt. Und dieser Punkt, den fand ich auch sehr wertvoll, darauf hinzuweisen, das könnte sich ändern. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt im Sinne von nachhaltig zu kommunizieren, wobei ich das hier meine, wie gesagt, man glaubt mir nächstes Jahr auch noch. Und dafür muss ich jetzt den Grundstein legen. Eine Sache, die wir sehr oft beobachten am Science Media Center, ist, dass zum Beispiel bei der Berichterstattung über Studien der World Weather Attribution Group, dass zunächst einmal der große Claim kommuniziert wird. Also zum Beispiel, die Flut ist durch den Klimawandel viel wahrscheinlicher geworden. Dann hat man irgendwie einen Text. Und am Ende des Textes steht, aber übrigens, das ist mit großer Unsicherheit behaftet. Und ähnlich wie bei einer Studie, die vielleicht einen großen Claim macht, zu Kipppunkten oder was anderem. Und am Ende steht dann, übrigens, es gibt große Unsicherheiten und unabhängige Forschende haben gesagt, vielleicht muss man das alles mit Vorsicht genießen. Aber der große Claim, der erstmal in der Überschrift und am Anfang kommt, bezieht sich erstmal auf, also lässt die Unsicherheit erstmal aus. Frau Kause, wie würden Sie sagen, ist das eine gute Art und Weise, Unsicherheit zu kommunizieren, dass man die quasi so nachlagert, dass man erstmal den Claim kommuniziert und dann die Unsicherheit? Also ich kenne jetzt tatsächlich keine Evidenz, die da sich mal die Reihenfolge angeschaut hat. Lässt mich wahrscheinlich nicht ganz eine eindeutige Antwort darauf geben. Denn es gibt Unsicherheit in der Forschung über Unsicherheitskommunikation. Das sieht man in systematischen Reviews zu dem Thema. Die zeigen, dass der Begriff Unsicherheit im Prinzip ein Dachbegriff ist. Also das ist ungefähr so wie Gesundheit oder Natur oder Komplexität. Ich finde, das sind herangezogene Beispiele. Aber das ist aus meinem Verständnis und der Kognitions- und Umweltpsychologie ein großer Überbegriff für unterschiedliche Sachen. Das können unterschiedliche Studienaussagen sein. Studie A sagt A, Studie B sagt B. Das können Ranges sein aufgrund von Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder ein Range um einen Schätzer. Oder es könnte sein, was als Deep Uncertainty beschrieben wird. Wissen, was wir nicht wissen oder nicht wissen, was wir nicht wissen. Da wissen wir gar nicht, wie Menschen darauf eigentlich so. Deswegen denke ich, wäre der erste Schritt mal zu schauen, um welche Art von Unsicherheit handelt es sich hier eigentlich? Ist das irgendwie eine Streuung um einen bestimmten Wert herum oder auch ohne Wert? Da ist es tatsächlich so, dass es im Vertrauen überhaupt nichts macht. Also das wird neutral bis positiv wahrgenommen. Und das unterminiert überhaupt nicht die Glaubwürdigkeit der Aussage oder der Person, die da kommuniziert. Zu sagen, okay, der Wert ist eigentlich ungenau. Zumindest sagen das die Literatur-Reviews, die ich dazu kenne. Wenn es um ExpertInnen geht, die miteinander nicht übereinstimmen, dann wäre die Frage, wie ist denn eigentlich der wissenschaftliche Konsens? Wir sprechen nicht nur über zwei ExpertInnen, sondern auch darüber, was sagt denn eigentlich die komplette Studienlage dazu? Ist die eher, stützt die eher den einen oder den anderen Punkt? Also ich wäre im ersten Moment würde ich als Psychologin erst mal fragen, um welche Art der Unsicherheit geht es eigentlich hier? Und kann man die in irgendeiner Art und Weise genauer beschreiben? Frau Bär, Sie hatten sich gemeldet? Ja, ich würde noch mal ein bisschen differenzieren zwischen dem, ob wir als WissenschaftlerInnen gewissermaßen direkt mit JournalistInnen kommunizieren, also ob es eine Pressemitteilung ist, oder ob wir in einem Interview gefragt werden. Und ich glaube, wenn ich mit dem letzten Punkt anfange, dann bin ich so ein bisschen davon weg, das Gefühl zu haben, na ja, Leute müssen erst mal ganz, ganz viel verstehen. So, weil wenn ich mir angucke, wie viel Statistik Leute im Kopf hinkriegen, wenn sie in der Bundesliga-Tabelle die letzten zwei Spieltage hochrechnen, so und die Wahrscheinlichkeiten, mit denen sie dann umgehen, dann ist das ja nicht, dass Menschen mit Statistik und mit Unsicherheiten und Wahrscheinlichkeiten nicht umgehen können. Sondern es ist natürlich dann wieder kontextabhängig. Aber ich glaube, das, was wir versuchen zu kommunizieren, und dann bin ich bei dem, was schreiben wir in eine Pressemitteilung rein, ist es natürlich, die allermeisten von unseren Untersuchungen gelten, weil wir bestimmte Annahmen gemacht haben. Und wir können häufig zu sehr klaren Aussagen kommen, die im Bereich dieser Annahmen gelten. Und wann wir die wie kommunizieren, da haben wir also ja nicht nur bei der Frage, schreibt man die in der Pressemitteilung nach hinten, sondern auch, wie formuliert man dann diese Aussagen. Da haben natürlich auch wir einen Einfluss darauf, was manchmal natürlich einem dann auch passieren kann, dass es ja auch schon die eigene Presseabteilung einen darauf hinweist, na ja, wenn du möchtest, dass dich da jemand zu fragt, dann muss das ein bisschen weiterformulieren oder auch zuspitzen. Und da haben wir natürlich immer in der Abwägungsfrage natürlich auch selber einen Einfluss bei jeder einzelnen Studie, die überhaupt so weit kommt, dass man darüber nachdenkt, dazu eine Pressemitteilung zu schreiben, was ja ganz viele Studien auch überhaupt nicht sind, sondern die sind ja erstmal ein Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion, vor allem innerhalb der Wissenschaft. Ich würde gerne noch einmal auf dieses Beispiel der Libyenflut eingehen und die Kommunikation darüber, die sich ja in vielen Medienartikeln erstmal belief auf, okay, es war ein großer, der Klimawandel hatte einen großen Einfluss darauf. Wenn wir so kommunizieren, laufen wir dann vielleicht auch Gefahr, dass andere Aspekte hinten runterfallen, wenn quasi immer direkt der Link zwischen Extremwetterereignissen und dem Klimawandel hergestellt wird, auch wenn vielleicht die lokalen Gegebenheiten ja auch eine große Rolle spielen. Herr Marotzke, möchten Sie dazu vielleicht was sagen? Ja, ich glaube, die Gefahr ist deutlich. Und ich erinnere mich noch gut daran, was nach der Ahrtalflut passierte. Die Reaktion am nächsten Tag war, das war der Klimawandel. Jetzt wird es aber wirklich Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, den Wärmhof 1,5 Grad zu begrenzen. Und ich erinnere mich noch an das Gefühl, was ich selber hatte, dass ich erstmal dachte, hm, wie sicher können wir uns da wirklich sein, dass die Temperatur irgendwas damit zu tun hatte. Und das Zweite, was ich, glaube ich, mit ein bisschen Abstand dachte, zum Glück hat mich da nie jemand nach gefragt, am Tag danach. Denn wenn ich am Tag danach gesagt hätte, was ich zwei Monate später sagte, und das ist nämlich, ja, der Regen mag etwas stärker geworden sein, dadurch, dass der Klimawandel da ist. Aber die Ursache dafür, dass es eine Katastrophe wurde, war die katastrophal schlechte Vorbereitung, die nicht funktionierenden Warnketten. Und der Klimawandel hat da vielleicht noch ein bisschen was gemacht, aber im Wesentlichen war es, war es, war es nicht der Klimawandel, der verantwortlich dafür war, dass so viele Menschen gestorben sind. Wenn ich das am Tag nach der Flut gesagt hätte, dann, das wäre ein Desaster gewesen, kommunikationsmäßig, dann hätte ich natürlich wie ein Klimawandelleugner da gestanden. Also es wäre der völlig falsche Zeitpunkt dafür gewesen, das Richtige zu sagen, glaube ich. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie geht man damit um und sollte man versuchen, das ein bisschen einzudämmen, ist aber auch wieder schwierig. Also in dem Fall wäre meine Reaktion, wie gesagt, einfach nur, zum Glück hat heute keiner gefragt. Aber es ist wichtig, diese Trennung zu machen, denn wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wenn ich mal das extreme Beispiel wieder mit der Ahrtal-Flut sage und wenn die Reaktion ist, wir stecken alle Aufmerksamkeit in Emissionsminderung und kümmern uns nicht drum, was vor Ort mit unseren Warnketten passiert, dann ist die nächste Katastrophe vorgezeichnet. Also es ist wichtig herauszufinden, woran es wirklich lag. Aber in der Kommunikation, wie gesagt, muss man auch den richtigen Zeitpunkt finden. Herr Horstein? Ja, also bei Libyen ist tatsächlich ein ähnlicher Fall, ein vergleichbarer Fall vorzufinden, wo mehr oder weniger der Großteil der Schäden bei allem, was der Klimawandel dort eine Rolle gespielt haben mag. Dadurch zu erklären ist, dass die Infrastruktur absolut nicht dafür vorbereitet war und dass die Infrastruktur natürlich generell am Crumblen ist, wie man so schön sagt. Dasselbe haben wir bei Pakistan letztes Jahr gesehen. Und das schreiben wir dann auch ganz klar da rein. Und jetzt nochmal zurück zum Ahrtal. Da habe ich natürlich auch viele KollegInnen im DVD, als Meteorologe bekomme ich das ja auch mit, und die sind wahnsinnig frustriert, denn die haben ja dort alles tagelang vorhergesagt. Die haben gewarnt, 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 haben aber nicht die Möglichkeiten als Behörde, weil alles bei uns in einer gewissen Weise strukturiert ist, dort über das rauszugehen, was ihr Befugnisbereich ist. Und dieses nicht auf der Agenda haben, was wetterbedingte und letztlich natürlich in Zukunft mehr und mehr auch klimabedingte Unwetterschäden sind, zu denken, wir können damit umgehen, das ist, glaube ich, die Grundproblematik, die nicht nur bei uns im Land herrscht, aber die so im Denken vorherrscht. Und dann sind eben diese Warnungen, die tatsächlich von den essentiellen Stellen, wie hier DVD kommen, einfach was, was so im Alltag mehr oder weniger untergeht. Und leider muss ich da den medialen Sektor, der das sicherlich verstanden hat nach der Ahrtal-Katastrophe, mit, ja, ins Boot holen oder mit in die Verantwortung nehmen. Ein ganz klassisches Beispiel war der WDR, der dann gesagt hat, ja, wir hätten uns wenigstens an dem Abend dann rechtzeitig draufschalten sollen. Selbst an der Stelle haben die nicht begriffen, was der Fehler war. Der Fehler war, am Tag vorher nicht ganz klar zu erklären, was da möglicherweise passieren kann. Sich extra Zeit zu nehmen, aus dem Programm sozusagen Sendezeit zu investieren. Und das wird nicht gemacht. Und dieses Bewusstsein ist nicht da, dass das strukturell, was das Katastrophenmanagement angeht, viel geändert werden muss. Ich glaube, das ist den Leuten bewusst. Da habe ich mich selber ein bisschen mit beschäftigt, was da strukturell die Probleme sind. Aber es braucht grundlegendes Bewusstsein dafür, dass Wettergefahren bei uns nicht was sind, was einfach so vorbeigeht. Sondern wir haben das als, ja, essentiellen Faktor im Alltag mit zu rücksichtigen. Und Sie glauben also nicht, wenn man immer den Zusammenhang mit dem Klimawandel so sehr in den Vordergrund rückt in der Berichterstattung, dass dann vielleicht der Fokus auf den Katastrophenschutz und die Klimawandelanpassung in den Hintergrund gerät, weil man immer sagt, naja, es ist halt der Klimawandel, es wird schlimmer, wir müssen die Emissionen reduzieren und den Fokus zu sehr darauf lenkt. Es ist immer Mitigation und Adaption. Das sind die zwei Faktoren, die, glaube ich, ineinander gehen. Wenn ich das eine nicht verfolge, dann lege ich wahrscheinlich auch nicht genug mehr Wert auf die Adaption. Und ja, also das sind natürlich diejenigen gefragt, die sich auf Entscheidungsebene damit befassen. Nur wir alle reden ja seit 30 Jahren tatsächlich, was Mitigation angeht, uns, wie man so schön sagt, den Mund fusselig. Und dann zu erwarten, dass auf Basis so eines Extremereignisses, was tatsächlich ja nicht jedes Jahr uns heimsucht, sich sofort was ändert, ist natürlich vermutlich ein bisschen zu optimistisch. Aber letztlich hofft man natürlich, dass mit dieser Doppelkommunikation, dass sich im Risikomanagement und in der Mitigation nach wie vor was ändern muss, sich dann auch irgendwann eine Bewusstseinserklärung und eine entsprechende Handlungsänderung. Dankeschön. Noch eine Frage von einem Journalisten, die ich gerne an Frau Kause adressieren würde. Aus meiner Sicht erleben wir gerade einen massiven Backlash. Die Grünen verlieren in allen Wahlen. Rechte Parteien, die den Klimawandel oder zumindest die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen leugnen, gewinnen überall stark hinzu. Haben wir Journalisten es mit der Dringlichkeitskommunikation übertrieben? Würden wir jetzt in den USA leben, würde ich sagen, vielleicht schon. Aber in Deutschland war tatsächlich, ja, also ich kann diesen sozusagen den politischen Wandel, den kann und will und darf ich nicht abstreiten. Wenn wir jetzt schauen, wie viele Leute, also erstmal, eigentlich Klima ist ja eigentlich keine Frage des Glaubens so. Ich glaube ja auch nicht an Hüte oder an so. Also es ist, genau, mit so einer Formulierung wäre ich erstmal vorsichtig so. Und die, wenn so bevölkerungsweite Umfragen zeigen, dass eigentlich in Deutschland diejenigen, die das hart leugnen, in der absoluten Minderheit sind, aber sehr laut sind. Und das ist ein Prinzip oder ein Phänomen, was durch falsche, die sogenannte falsche Balance erklärt werden kann. Also wenn sozusagen der gute Wille, verschiedene Sichtweisen darzustellen, der bestimmt auch im Journalismus verbreitet ist, oder allgemein, wenn Wissenschaft kommuniziert wird, zu sagen, okay, da gibt es verschiedene Standpunkte, kann dazu führen, dass Menschen die Verteilung der Evidenz als gleichverteilt wahrnehmen. Nehmen wir Experte A und Experte B. So, dann entwickelt sich der Eindruck, okay, da ist 50 Prozent der Studien decken den Standpunkt A und 50 Prozent den Standpunkt B. Und das nennen wir falsche Balance, weil die Evidenz oft ganz anders verteilt ist. Es sind im Fall von Klimawissenschaften, und ich meine, ich bin ja nun wirklich nicht die Frau vom Fach, und das würde ich meinen Kolleginnen überlassen, aber sozusagen mein Bauchgefühl ist, dass fast 100 Prozent aller Studien und aller Expertinnen sagen würden, okay, das gibt es und das macht ein Riesenproblem und da müssen wir wirklich was machen. Das ist, ja, also das erst mal sozusagen zu den Mechanismen der Wahrnehmung. Ist es übertrieben? Ich würde versuchen, transparent über die Folgen und die Auswirkungen zu kommunizieren. Also gerade wenn es um Fluten geht, Formate zu verwenden, die tatsächlich verständlich sind und zu sagen, okay, wir hatten vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von 1 in 100 für Fluten, wie, nehmen wir mal an Arta, ich weiß nicht, was die tatsächliche Wahrscheinlichkeit an, aber nehmen wir mal an 1 in 100, die sogenannte Jahrhundertflut, auch ein irreführender Begriff, die Wahrscheinlichkeit ist besser, dann zu sagen, okay, jetzt ist es 1 in 50 oder 1 in 20, und das heißt, die Wahrscheinlichkeit von solchen Ereignissen ist sehr viel höher geworden. Was die Leute daraus für Konsequenzen ziehen, ist ganz streng genommen ihre eigene Verantwortung sozusagen. Also ich muss ja abhängig von meinem Risikomanagement, meinen Warnsystemen und meiner Infrastruktur entscheiden, ist dieses 1 in 20 jetzt sehr viel gefährlicher als das 1 in 100 für mich. Also es geht auch um den Impact, den die haben. Der wurde ja gerade schon lebhaft beschrieben in Libyen und im Ahrtal. Und bei der Dringlichkeitskommunikation sozusagen die Reaktanz die sehen Sie im politischen Extrem, also ganz weit sozusagen bei den LeugnerInnen. Aber so grundsätzlich ist in Deutschland zumindest das Bewusstsein darüber, dass es einen Klimawandel gibt und dass das ein Riesenproblem ist, schon relativ hoch. Also hier würde ich sagen, eigentlich nicht. Aber das ist vielleicht auch was, wenn Sie nochmal jemand anders fragen aus den Kognitionswissenschaften oder der Nachhaltigkeitspsychologie, würden die auch was anderes sagen. Aber das ist meine persönliche Sicht. Ich glaube, es geht hier um die transparente Kommunikation der Auswirkungen. Danke. Das ist doch vielleicht schon mal ein Lob an den Journalismus, dass wir es nicht übertrieben haben. Eine Frage würde ich gerne noch stellen von einem Journalisten an Frau Bär. Wäre es nicht vielleicht bester, gar keine schnelle Attributionsstudie auf Medienseite einfließen zu lassen, sondern generell darauf zu verweisen, dass solche Extremwetterereignisse durch den Klimawandel insgesamt wahrscheinlicher und extremer werden und gleichzeitig hervorheben, dass nicht nachgewiesen ist, dass genau dieses Ereignis direkt damit zusammenhängt? Ich glaube, das gehört in den Bereich, wo ich sagen muss, dass unterschiedliche WissenschaftlerInnen tatsächlich unterschiedliche Interessen haben in der Wissenschaft und auch ein unterschiedliches Interesse daran haben, mit welchen Ergebnissen man wann an die Öffentlichkeit geht. Und ich für mich würde die Frage sicherlich anders beantworten, als sie vielleicht Carsten Haarstein beantwortet. Aber ich glaube schon, dass wir natürlich auch da von der Vielfalt in der Wissenschaft leben. Und das ist, glaube ich, nicht so, also ich wäre nicht oder ich halte es nicht für sinnvoll, so eine Frage insgesamt zu versuchen, für die Wissenschaft zu beantworten. Ich sehe durchaus, dass wir uns eben bei allem, was wir, und das hatte ja Jochen Moritzke vorhin auch nochmal aufgegriffen, so der Punkt, wir haben eine Möglichkeit, den Zeitpunkt zu beeinflussen. Insofern, ja, haben wir da unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich denke, es ist ja auch deutlich, dass wir da unterschiedliche Wege jeweils gehen. Ich glaube, die Frage zielte gar nicht so sehr darauf ab, was erforscht wird, sondern mehr, was an die Öffentlichkeit kommuniziert wird. Also sollte kommuniziert werden, diese Flut ist so viel wahrscheinlicher geworden, oder sollte kommuniziert werden, hier ist eine Flut, wir wissen, Fluten werden generell mit dem Klimawandel wahrscheinlicher. Für dieses eine Ereignis ist es aber schwierig, das zu attribuieren. Würde das nicht reichen in der Dringlichkeitskommunikation? Naja, aber dann würde ich sagen, also Wissenschaft ist ja, also finde ich, ist in erster Linie schon dafür da, um über die eigenen Forschungsergebnisse zu berichten, oder wenn einen jemand fragt nach einer Einschätzung. Und ich glaube natürlich, also ich meinte das schon beides, dass in der Frage, natürlich habe ich eine Wahl, woran ich selber entscheide zu forschen, aber selbst wenn ich was geforscht habe, habe ich ja auch noch eine Wahl, wann ich das zu welchem Zeitpunkt wie an wen kommuniziere. Also auch da treffe ich eine ganz, ganz deutliche Auswahl. Und dann mag es immer noch die Situation geben, die auch immer Rotzke vorhin geschrieben hat, wenn mich jemand fragt, was mache ich dann? Und auch dann habe ich eine Auswahl, was ich da antworte. Also das war schon relativ differenziert auf all diese Punkte mit dem, sowohl was wir selber forschen, als auch wann wir uns, also das ist, glaube ich, wichtig. Überhaupt nicht bei jedem Artikel, den ich schreibe, komme ich auf die Idee, dass das, ja, dass das eine Pressemitteilung wert wäre oder so. Also die allermeisten von den Artikeln, die kann man auf meiner Webseite finden. So, aber da komme ich nicht auf die Idee, die weit zu kommunizieren. Das heißt, dieser Schritt, aktiv zu sagen, ich gehe aufs JournalistInnen zu, den machen wir üblicherweise nicht aus Versehen. Dankeschön. Damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Zeit. Leider, obwohl jetzt gerade noch sehr viele interessante Fragen reingekommen sind, die wir leider jetzt nicht mehr beantworten können. Ich würde gerne in einer ganz kurzen Abschlussrunde Ihnen allen noch einmal die gleiche Frage stellen. Und Herr Marotzke, ich würde gerne mit Ihnen starten. Haben Klimaforschende die Pflicht, die Öffentlichkeit wachzurütteln, indem sie Aussagen zuspitzen? Oder ist das gefährlich? So wie Sie es formuliert haben, wie ich es wörtlich nehme, würde ich sagen, ist gefährlich. Ich glaube schon, dass wir eine Pflicht haben, auf Risiken hinzuweisen. Da haben wir auch eine Bringschuld. Aber zuzuspitzen, um das Gefühl für die Dringlichkeit zu erhöhen, damit riskiert man massiv, die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Dankeschön. Frau Kauser als Nächstes. Glauben Sie, die Klimaforschenden haben die Pflicht, die Öffentlichkeit wachzurütteln, indem sie Aussagen zuspitzen? Und vielleicht können Sie auch auf den Punkt von Herrn Marotzke gerade eingehen, dass die Glaubwürdigkeit der Forschung untergraben könnte. Dem stimme ich zu. Also wenn es Unsicherheiten gibt, dann sollte das mitkommuniziert werden. Und zuzuspitzen ist sozusagen eine Möglichkeit, das Feld denjenigen zu überlassen, die einen angreifen wollen und sagen, ja, aber so schlimm wird es doch gar nicht. So gar nicht so heiß draußen. So gar keine Flut gekommen. Und das halte ich für brandgefährlich in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Klimawissenschaften. Und wie das zugespitzt wird, ist tatsächlich eine Frage des regionalen Impacts. Also es kann sein, dass die Auswirkungen des Klimawandels in manchen Orten sehr schlimm sein werden und in anderen Orten, die es schafften, sich irgendwie gut vorzubereiten, weniger schlimm wird. Und deswegen ist das eine lokale, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verkürzt ist aus Sicht der KollegInnen und würde ich super gerne darüber diskutieren, aber ich glaube, dass das Risiko ist, Wahrscheinlichkeit mal Impact und Auswirkungen und das kommt dann sozusagen auf die regionalen Gegebenheiten unter anderem mit an. Ja, aber ich halte es für gefährlich. Herr Haustein, die gleiche Frage. Ja, also ich glaube, die Zuspitzung braucht es überhaupt nicht und ich kenne wenige Kollegen, die tatsächlich übertreiben, um irgendwie einen Punkt zu machen. Es reicht wirklich, die Ergebnisse herzunehmen, die ja oftmals ganz standardmäßig peer-reviewed publiziert werden. Der eigentliche Punkt, den ich machen will, ist, dass es wichtig ist, diese Dringlichkeit, und das hat die Johanna ja vorhin auch gesagt, diese Dringlichkeit nicht ständig wieder zu repetitiv wieder zu kommunizieren, sondern zu sagen, was sind die Lösungen und was sind trotzdem noch die Momente, in denen wir trotz dieser Ergebnisse in der Hoffnung haben sollten. Und da ist es, glaube ich, wichtig, die Leute irgendwie ein Stück weit mitzunehmen. Also durch reine Panikmach die ganze Zeit erreichen wir nicht viel. Das ist ja bekannt. Da bin ich, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, alle einig, auch wenn ich da kein Experte bin. Was viel wichtiger in meinen Augen ist, dass wir als WissenschaftlerInnen uns bewusst sind, dass wir uns gar nicht so sehr mit diesem Backlash befassen müssen. Ja, es ist wichtig, dass wir in einer bestimmten Weise kommunizieren, aber dieser Backlash, ob wir durch eine bestimmte Art und Weise der Kommunikation für die und die Reaktion in der Gesellschaft verantwortlich sind, den müssen wir uns schon sehr, sagen wir mal, strukturiert, dieser Frage müssen wir uns sehr strukturiert nähern. Und da will ich den allerletzten Punkt machen, und der ist, dass ich glaube, viel von dem, was jetzt gespürt an Gegenwind kommt, das hat eher was zu tun mit einem generellen Shift in der Kommunikation, die politisch stattfindet. Und da müssen wir uns die Frage stellen, ob wir uns da einmischen wollen oder nicht, ob wir uns über das, was unsere wissenschaftliche Arbeit, unsere wissenschaftlichen Ergebnisse sind, in der Gesellschaft einbringen wollen und sagen, okay, hier ist meine Meinung unabhängig von dem, was ich forsche, und ich denke, das und das und das ist richtig und falsch. Und dieses sozusagen Advocacy, dieser Advocacy-Teil der eigenen Arbeit, ich glaube, der ist wichtig, der ist wichtig, den herauszustellen. Da kann man ein bisschen vielleicht polemisch und vielleicht sogar populistisch sind, wer weiß das, ich habe die Rezepte nicht, aber nicht Angst vor dem Backlash haben, das halte ich für ganz wichtig. Also glauben Sie, als Forschende sollte man sich in die Politik einmischen? Ja. Danke. Das sage ich einfach so. Frau Bär, die Frage auch an Sie, haben Klimaforschende die Pflicht, die Öffentlichkeit wachzurütteln, indem sie Aussagen zuspitzen oder ist das gefährlich? Also ich glaube, Klimaforschende haben als erstes mal die Aufgabe, ordentliche Klimaforschung zu machen und ich finde, dann natürlich auch dieses Wissen weiterzugeben und da würde ich meine Aufgabe als erstes auch sehen, also das differenziert weiterzugeben und zu einer Versachlichung von Debatten beizutragen und auch um die, also das hatten wir eben vorher schon, bei der Glaubwürdigkeit zu bleiben, würde ich ganz klar sagen, in dieser Form von Kommunikation an die Öffentlichkeit mag ich ganz klar bei dem bleiben, wo ich meine Expertise sehe, wenn ich als Wissenschaftlerin gefragt werde. Was nicht heißt, dass wir nicht auch als WissenschaftlerInnen, GesprächspartnerInnen in ganz anderen gesellschaftlichen Kontexten sein können und dass man nicht auch gesellschaftliche Debatten, die muss man ja nicht alle über die Medien führen. Wir sind ja in ganz anderen Bereichen auch noch als ExpertInnen gefragt und wie man da zum Beispiel auch die Form von Dringlichkeit einbringt oder auch als Teil der Zivilgesellschaft als einfache Personen, auch da kann man sich natürlich einbringen. Aber ich glaube, ich würde für mich ganz klar bei dem Punkt bleiben, wir machen, also wir versuchen wirklich zu einer Versachlichung zu kommen und ich würde da für mich als Wissenschaftlerin erstmal bei dem bleiben, womit ich mich richtig gut auskenne und das sind, in meinem Fall ist das die Physik des Klimasystems. Und würden Sie sagen, Klimaforschende müssen sich in die Politik einmischen? Klimaforschende mit ihren Ergebnissen sollten die kommunizieren und ich finde, Politik zu machen gehört dann ganz klar in den Bereich der Leute, die sich damit richtig gut auskennen und wenn ich das über die Politik mich einbringe, indem ich mal jemanden, der Politik macht, berate, dann mache ich das sehr gerne, aber das muss ich nicht unbedingt über die Medien machen. Dankeschön. Damit würde ich die Diskussion hier gerne beenden. Wir haben viele Gesprächsfelder aufgemacht und konnten nicht alle zu Ende führen, aber ich glaube, das waren extrem hilfreiche Denkanstöße, zumindest für mich und ich hoffe, das geht den JournalistInnen auch so. Danke an Sie vier, dass Sie hier da waren zum Diskutieren und an die JournalistInnen nochmal der Hinweis, Sie finden ein Transkript morgen auf unserer Webseite und die Videoaufzeichnung noch heute und damit viel Spaß bei der Berichterstattung in den nächsten Wochen über viele verschiedene Klimathemen. Ich bin gespannt, davon zu lesen. Bis bald. Danke von unserer Sankt. Vielen Dank. Tschüss.